So Leute, das ist die zweite Challenge, die wir heute haben und zwar werfen wir von der Mittellinie. Jeder einzelne von denen hat drei Würfe, drei Versuche und wenn einer von denen Eintriff gibt es für jeden einzelnen Zehnkauf. Das heißt total 40 Euro. Sprech jetzt lauter, Euro, Dollar. 40.000 Dollar. Wenn ich jetzt dreimal treffe, kriege ich 30 Karten? Nein, nein, nein. Versuchen, Eintriff, 40.000. Egal wer, egal wer. Okay, ist das sehr schwer von mir? Ja, ja, ja. Wir haben alle drei Würfe. Drei Versuche, auf den Korb bitte. Nicht übertreten, aber wenn ihr übertreten, zählt nicht. Okay. Ist schon ein bisschen schwer. Wurftechnik ist egal. Sag wir mal, sag wir mal. Kommt, ist egal, wie wir dürfen. Ich kriege einfach einen Einwurf für dich an das. Von 50 Würfen, wie hoch würdest du das denn los haben? 50, kommt drauf an, vielleicht fünf. Aber ey, an der Stelle muss man noch sagen, an der Stelle muss man noch sagen, absolute Ehrenmänner, weil in der ersten Challenge, dem Video bevor, haben sie 3.000 gewonnen. Ja, wir haben 3.000 Euro gewonnen und diese 3.000 Euro werden verlost. Ihr könnt was gewinnen, checkt das andere Video ab, weil dann habt ihr alles auf dem Schirm und verpasst nichts. Das sind 3.000 Euro geschenkt. Was ihr aber machen? Like da lassen und kommentieren, Freunde. Weil Support ist kein Mord. Und es ist auch eine Ehre für uns hier auf dem Kanal zu sein. Das müssen wir auch immer sagen. Okay. Dennis ermöglicht uns hier sehr, sehr vieles in der L.A. Deswegen appreciate it. Was denn? Joel, der beste Kameramann hat gerade die Kamera ausgemacht. Aber meine Schuld, meine Schuld. Ne, das ist, guck mal. Eligella, Eligella sagt gerade, mach mal kurz auf Stop. Dennis nimmt Anlauf. Er sagt, ich mach mal kurz einen. Und wirft das Teil voll hier rein. Oh, man. Anlauf dafür. 100 Prozent. Ne. Oh, 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 oh. Ich komm nicht mal so weit. Ich komm gar nicht so weit. Wie soll ich werfen? Elig, guck mal. Jetzt. Elig. Einwurf ist okay. Kann man nur zielen. Aber jetzt nicht zweifeln, weil jetzt muss die Hoffnung überwiegen. Ja, gib uns ein Fick. Erste. Ich glaube, so wie ein Pass, wie du einen Pass spielst. So, ja. Ja, so. Das ist schon mal einer. 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 Nein. Was? Das ist schon mal einer. Hey, behalt dir die Wagen. Bleib mal ehrlich. Hättest du getroffen? Nein. Nein. Okay, rein nicht. Was denn? Bei ihm weiß ich nicht. Bei ihm weiß ich nicht. Aber. Aufwärm. Es gibt keinen Aufwärm. Es gibt drei Versuche. Okay, okay, okay. Ich fang an. Ich fang an. Ja. Okay, Elig fang an. Für uns alle. 40.000 Big One. Meine Denkweise ist richtig und das Krasse ist, ich glaub an mich. So, ich hab dir eine Grundschule gemacht. Und die kommt gut. Und die kommt gut. Trust. Aber der Krasse ist gut. Der Krasse ist gut. Der ist wirklich schlecht. Wenn ich den Wurf nenne, 40.000 Wurf. Ja. So ist es. Aber das ist die Strat. Wir kommen, glaube ich, nicht so weit. Ey, 40.000. Behalt das im Hinterkopf, wenn du wirst. Also ich hätte damals schon 40.000 ganz andere gottlose Dinge gemacht und ich will nicht mehr ans Datei gehen. Zeig mal so. Alter. Junge. Das wäre einfach 40.000. Es funktioniert. Es funktioniert. Versuch mal. Versuch mal. Versuch mal. Versuch mal. Genau so. Nein. Das ist der Weg. 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 Er sagt mir den Beyblade. Okay, komm. Ich brauche Ruhe. Ich brauche Ruhe. Ah. Das ist der Weg. Du hast es vorbekommen und du wachst. Mein erster war gar nicht so schlecht. Aber es war ein Zufallsprodukt. Ich muss halt wie so ein Pass, aber hoch halt. Es ist so flach. Ich kann es auch gar nicht. Ich bin mir besser. Kannst du es dir nicht sagen. Opa. Ja. Boah. Du musst mir am Wurf sein. Sidney, das habe ich dein Kumpel gerade schon gesagt. Behalt das im Hinterkopf. Es sind 40.000 Big Ones. Okay? Das ist ein Monogramm. Was ich meine? Das ist eine Suche, ja. Deswegen kann man gar nicht damit arbeiten. Aber ich mache es. Ich mache ihn das rein. Und. Aber gute Länge. Ja, 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 ja. Du hast es verstanden. Gute Länge. Das ist eigentlich mit unsere größte Hoffnung. Er ist Fußballer und ich habe schon sehr oft gesehen, wie er die Dänger als Ausverteidiger so reinwirft. Ich weiß nur nicht, ob es die Taktik ist. Ist es die Taktik? Eigentlich nicht. Aber er kommt damit richtig weit. Das weißt du. Das habe ich schon gesehen. Aber das Ding wiegt auch an. Zeig mal, wenn du machen. Die kommen zu uns. Merkst du? Aber nein. Aber die kommen mit Druck, ne? Ja, die kommen mit Druck. Aber ich muss ihn hochwerfen. Und dann direkt nach. Genau. Wenn du so machst, kannst du... Das kann klappen. Du versorgst mir den Vertrag. Bei den Lakers. Zehn Tage kriegen wir. Los, Sidney. Oh, shit. Was ist hier passiert? Oh mein Gott. Warte, warte, go. Ey. Warte. Verlosen wir das auch? Oder wie sieht das aus? Wie clean? Dein Kumpel, ne? Der hat dich ja sowas von gepusht hier, ne? Ja. Aber die sind doch zu sauer. Ich habe an nicht geglaubt. Boah. Ich habe an nicht geglaubt. Aber was wichtiger ist. Was passiert mit diesen 40.000? Gehen die in die Tasche? Oder werden die verlost? So. Guck mal, paar Leute überlegen schon. Nein. Also im Endeffekt, wir haben 40.000 gewonnen. Und wir entscheiden, was damit passiert. Im Endeffekt, das müsst ihr sagen. Willi hat getroffen. Checkt das erste Video ab. Da haben wir für euch 3.000 Euro. Das kriegt die Community. Das bekommt ihr da draußen. Und was du bekommst, ist was anderes. Ja. Man. Also. Er hier ist der Gewinner. Er hat einen getroffen. Ähm. 40k. Ja. Wir sind die gewinnen. 40k geworden. Weil ich verliebt habe. Und ich massieren heute Abend seine Füße. Erne. Ohne Hände. Danke, dass ihr es geschaut habt. Abonniert. Liked. Kommentiert. Halt für die Möglichkeit. Ja. Hey. Nichts. Hey. Hey. Warte. 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 Nein. Danke, dass ihr auf jeden Fall hier seid. Ich meine. Ihr macht das schon. Nein. Extrem krass. Wir verfolgen euch auch. Und im Endeffekt. Wir supporten euch. Und das ist ganz cool, was ihr macht. Nein. Wir bedanken uns, dass wir hier seid. Andersrum. Ich habe vorhin schon gesagt, dass der Mann hat uns geholfen mit Auto. Mit der Lakers Halle. Lakers Karten. Spiel. Spiel. Und mit den Videos. Das ist schon auch cool für uns. Danke, danke, danke. Danke. Danke euch. Danke euch. Es ist ein Reis wie ihr. Es ist ein Reis wie ihr.